Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Es ist endlich mal wieder so soweit. Ich habe richtig übertrieben lange kein Video gemacht. Ich möchte aber erst mal ein bisschen Werbung machen. Und zwar, ich habe noch einen YouTube-Kanal, nämlich BikerAction. Den möchte ich euch kurz zeigen, wenn ich das K finde. Wo ist denn das? Achso. Wo ist das T, Leute? Da. O. Wo ist das? Und N. Dann Suche. Ja, hier. Ähm. Also zum Beispiel. Warte. Wir haben halt, ähm, einmal beiden auf dem Spielplatz. Vorstellung der Waldrampe. Waldrampe-Hashtag 2, ein Pool-Video und Waldrampe-Hashtag 3. Es wäre echt schön, wenn ihr dort mal vorbeiguckt bei diesem Kanal. Und vielleicht auch ein Abo und die Glocke, ne, oder ein Abo auch da lasst. Das wäre auch sehr toll. Ähm. Ja. Das war's mit diesem Video. H3, Leute. Bis dann. Ciao, ciao. Tja, Tja, Tja. Vielen Dank.